Das war's für heute. Hallo, da seid ihr ja schon. Buongiorno, beziehungsweise Glück auf. Ich komme heute mal von der anderen Seite. Ist euch aufgefallen? Bin schief alles hier. Ne, Quatsch mit Soße. Danke, mir geht es gut. Geht es euch denn auch gut? Jo, Mann. Dann bin ich aber schon wieder total erfreut. Aber jetzt muss ich euch doch mal wieder in die andere Richtung schaufeln. Weil ich muss ja hier immer an den Schrank. Geht doch. Darf ich da mal ganz kurz? So. Ich brauche erstmal hier so einen kleinen Pöttchen. Muss ich nicht wieder wechseln. Ach nee, jetzt. So breit, ne? Ich klaue da mal eben ein bisschen Wasser. Ach du lieber Gott, das hat doch zwei Stück davon mitgebracht. Zweimal vorhin. Lauchzwiebeln. Niki hat wieder mein Portemonnaie gebraucht. Naja, ich habe ja die goldene Kundenkarte. Naja, ich klaue mal hier so ein paar Eier. Ich glaube, das reicht. Ich muss doch mal eben ein paar Eier abkochen. Na, was habe ich denn jetzt hier? Einen Spachtel. Den brauche ich aber jetzt hier nicht doch. Schürzweg-Ware. Ja, das ist aber kein Brie. Das ist Camembert, Leute. Camembert. Camembert. Camembert ist das. Ja, Brie erkennt er daran, dass er größer ist. Das ist ein Tortenbrie. Ja, Niki war einkaufen. Immer ganz gut, wenn einer einkaufen geht. Grund kann ich euch sagen, weil wenn ich jetzt alleine einkaufen gehe, oder mit jemandem dabei, dann kaufe ich hier mal so Unmengen. Jetzt hat das schon mal auch aufgefallen. Gib einfach mal jemandem einen Zettel, so aus der Familie oder so. Gehst du, bringst du mir das mit. Ja, dann packt er wirklich nur, dass einmal auf dem Zettel steht. Das ist so schön, ist das. Aber gehst du selber. Ja, ja, hier. Da ist das Portemonnaie irgendwann total überlastet. Kennt er wahrscheinlich mit Sicherheit selber. So, ich brauche jetzt hier eine Schüssel. Hatte du jetzt? Ah, da. Ja, das brauche ich. So, nehme ich die Schüssel oder die Schüssel? Ich nehme die, ne, oder? Ja, da kommen ja noch ein paar Sachen dazu. Warte mal, oder die kleinen. Ach komm, ist ja egal. Weil spülen muss ich ja sowieso, ne? Sehen wir nochmal jetzt hier die große Schüssel. Also, ich habe jetzt hier, wir hatten ja gestern Nudeln mit Gulasch. So, jetzt habe ich noch jede Menge Nudeln über. War erst jede Menge, aber zumindest genug. Ja, die nehme ich jetzt, die lockere ich jetzt ein bisschen. Ja, die sind aber schön locker. So, dann tue ich die jetzt hier schon mal in diese Schüssel rein. Da könnt ihr euch schon mal ausdenken, weil es heute bei uns in der Family so zu puttern gibt. Ja, da dürft ihr raten, ne? So, der Salat. Äh, heute gibt es nämlich... Richtig! Ja, ihr seid gut aufgepasst. Äh, wie heißt das? Eder Makasmin, ja, 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 ja. Eder Makasmin, aua! Ah! So, ich brauche Mayonnaise. Hab ich Mayonnaise? Nein, hab ich nicht. Aber ich habe hier Mayonnaise. Nein, ich habe hier keine Mayonnaise. Ich habe hier Mayonnaise schon wieder da, noch am Tisch stehen. Mayonnaise. Ah, nee, ich nehme Rämelade. Ach ja. Ja, ich mache hier immer meinen eigenen Notüberlag, so nach meinem Wut dünken. Und ihr könnt das auch, ja? Wie gesagt, ne? Weil ich schon tausendmal jetzt gesagt habe, in mindestens, ich glaube so, 550 Filme oder so sind jetzt, hab ich jetzt schon hier, oder haben wir schon hier abgedreht. Äh, wir sind keine Kochsendung. Ja, das darf man nicht verwechseln mit den anderen Papnasen, ja, die da immer irgendwelche, äh, Angaben machen. Du musst dich jetzt an 250 Gramm Lachs halten. Ja, sonst wird dann alle nix. Ja, halt mal, wo bin ich denn? Ne, 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 sowas machen wir hier nicht, ne? Super, sup. Ich habe jetzt hier, äh, so eine Hotdog. Ne, das nehme ich nicht. Das ist ja Blödsinn. Ja, ich habe hier so eine Hotdog-Mayonnaise. Ich habe jetzt hier Remmelade. Ich habe ordentlich einen Schluck davon rein. Zack, reicht. Ne, brauche ich nicht zum Glück nicht sein. So, und die Eier, die kochen sich hier gerade Brandblasen, alle Füße. Klingt gut, ne? Ist auch gut. Lecker Eier, ne? Ja, immer so, immer lecker. Und dann, und dann, der eine macht da Senf dran. Oder Maggi, ne? Ich mag gerne einfach nur eine Brise Salz auf die Eier. Reicht vollkommen. Oder in Scheiben geschnitten, schöne dicke Eierscheiben. Und dann so auf dem Brot. Schön gut Butter drauf. Ach, Leute, immer. Ach, geht nicht weg. Geht nicht weg. So, dann habe ich hier so Lauchzwiebeln. Die brauche ich euch auch nicht näher erklären. Ist ja albern, ne? Ja, wenn ich euch das jetzt so in die Kamera reinhalte. So, ich nehme jetzt hier so eine Schere. Dann hatte ich hier irgendwo, da ist es doch noch. Äh, nicht so doll plödern hier, ne? Nicht so daneben spritzen. Das mag ich nicht. Ich muss hier immer sauber machen. Immer fegi, fegi, immer. Ja, wir hatten heute, hatten wir hier die Schublade ein bisschen aufgeräumt, Küken und ich. Ähm, weil da ist mir ein Sack Reis geplatzt. Nein, aber, äh, Stärke. Ja, die Stärke kommt vom Reis. Und das ist mir geplatzt, so ein Karton, ne? Da hat sie natürlich über die ganze, ganzen Inhalt von der Schublade, da ist so, die Schublade wird genutzt für Süßkram, also Kuchen, Gebäck, Puddlinge, ja? Und oben ein, eine Etage höher sind dann so Nudels drin, Nudels, Gewürze, Kräuters und, 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 und schmeckt ab leckerer, ne? Weißt du? Jo. So, jetzt habe ich hier diese Gemüsezwiebeln und dann nehme ich jetzt, ach, ich könnte, das kann ich euch ja auch ruhig zeigen, weil ich ja so treibe, ne? Oder, ja, doch, ich zeige euch das. Hör mal auf, da einen Ding da rumzuwackeln, finde ich jetzt nicht so nett. Jo, dann nehme ich hier, also mal, äh, so ein, habe ich, jo, äh, ja, habe ich abgeschnitten. So, jetzt nehme ich meine Schere, ja, und mache hier schnippi, schnappi, mache ich immer so, immer schön ab. Ja, so mache ich das immer. Ja, so, und dann gehe ich aber hin, ja, ich habe euch ja mal erzählt, dass ich hier diese Frühlingszwiebel nicht ganz bis unten nehme. Hier ist eine schöne Wurzel dran, das heißt also, ich werde diese, äh, auf jeden Fall nochmal einpflanzen können. So, dann gucke ich mir hier an, hier ist ein bisschen was Trockenes, das muss ich hier runterziehen, ja, kann man das erkennen, ich bin stolz auf mich. So, dann mache ich jetzt schön ordentlich von den Frühlingszwiebeln dran. Niki hat natürlich wieder gut gemeint und meinte, man könnte ja davon mal so, zwei so Bündel mitbringen, ne? Ja, der meint es immer gut. Ist ja auch ein guter Junge. Ich bin ja auch ganz stolz auf ihn. Und er ist ein ganz hübscher und süßen und Küken ist auch eine sehr süße, eine kleine Prinzessin ist das. Ja, ich habe mit Küken gesprochen, ja, sie möchte das auch dann, ähm, auf Video festhalten, ähm, mit den Seifen machen, ja, und finde ich auch wirklich gut. Ähm, dann haben wir mal wieder ein bisschen was zu gucken, was von den anderen aus der Familie kommt. Ja, und, ähm, ja, wir wollen auf jeden Fall, äh, da habe ich hier so den Tipp gegeben, das kenne ich so aus der Kindheit, da gab es immer so Seifen-Teddybären, ja? Ja, und, ähm, ich meine, ich glaube, irgendwann haben sie das mal abgeschafft, wegen, äh, ja, Gefahren, die dadurch entstehen könnten. Ja, da gab es so Seife, ja, so Teddybär, ich fand es süß, ich fand es schnuckelig, ja, aber da war so eine Kordel dran, ja, fast so eine fingerdicke, äh, äh, ja, Kunstfaser, ich weiß nicht, was das für Material war, oder Baumwolle. Ähm, so, aber die Kordel, ja, da kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht doch ein bisschen gefährlich war, mit der Badewanne. Stell dir mal vor, du werbst da einem Haken von dem, äh, Duschanhänger da hängen, äh, das hängt da so dran und das ist der Rest um den Hals, ne? Ähm, und dann rutscht da aus, ne, Badewanne ist ja noch ein sehr rutschiger Ort, ne, also sehr flutschi mit Seife und Shampoo und, ja, und solche Sachen. Ja, und ölhaltigen Reinigungsmittels und so, ne, äh, Körperreinigung, ne, ja, und, ähm, da hab ich mir so überlegt, das war damals schon ziemlich heftig, ne, schon gefährlich, ne. Ja, ja, ich fand zwar süß, finde ich auch heute noch, aber jetzt hab ich so überlegt, wir sind ja erwachsen, wir kennen uns ja, wir sollten das wissen, ne. Ja, jetzt haben wir ja keine Kinder und, ähm, bis auf unsere Katzen, das sind unsere Katzenkinder, ne. So, auf jeden Fall, ähm, na, die spielen ja vielleicht in der Korde, aber die sind da nicht so gefährdet, ne. So, und dann hab ich so überlegt, äh, ein Stück Blockseife, so aus dem Würfel heraus, die Korde reinmachen, dann, oder erstmal, oder wie auch immer, und dann reinmachen und dann die Seife draufgießen in so eine Form, sodass die Seife immer an dieser Korde hängt, ja. Ja, und wenn du dann, ja, am Waschbecken diese Hände eben kurz nass machst und dann eben kurz mit dem nassen Finger an die Seife reibst, dann hast du ja Seifenschmier an den Finger dran, ja, und dann fröhlich, frank und frei die Finger waschen und dann abspülen, fertig. Hm, machen die wenigstens, äh, ja, aber ich hab ja, ne, ich bin ja schon ein bisschen kritischer. Ja, weißt du, und das finde ich jetzt zum Beispiel eine schöne Idee, ja, und ich hab, ich hab hier, hab ich schon, da kann man kaum hören, ist auch nicht sehr viel drin, boah, das riecht immer noch gut, riecht mal, da ist nicht viel, ne, ja. Ha, das riecht gut, wirklich, ne, also Koriander, ne, Renate, Koriander ist da drin, aber du brauchst, brauchst ja nicht hinterher in die Seife reinbeißen, wenn du keinen Koriander so gerne magst, ne. Ist okay, ne, also, äh, und, äh, da war noch ein, äh, auch noch ein schöner Tipp hier von, ah, ja, ich bin sehr vergesslich, da dürft ihr mir nicht übel nehmen, ähm, von wegen den Marcos, ja, Mittelalter, äh, den gucken wir wirklich, ja, also, Daumen hoch, ne, also, ich find das richtig toll, da sind wir, haben auch ein Abo, ähm, eins von den wenigen Abos, die wir da haben, naja, ich dachte, ich kann nicht so viel, allzu viel, ich blick dir da hinterher gar nicht mehr durch, ähm, ja, und, den gucken wir wirklich, ja, ähm, Ähm, ja, doch so, ja, der ist auch nicht ganz so schlimm streng, ne, ja, das hab ich ja so erklärt, oder ganz kurz dir geantwortet, äh, der ist nicht so arg streng, ja, Ja, ich mag das zum Beispiel nicht, wenn man, oh, das ist aber von Maschine genäht, ja, ähm, ja, klar, gab es damals keine Nähmaschinen, und noch niemals zum Kurbeln oder so, ne, das ist schon richtig, ja, aber wenn man alles zu streng macht, steht man irgendwann auch alleine da, oder man hat wirklich nur solche Leute, die dann auch nur so denken, wie einer, ne, ja, und deswegen, ich finde den, also, wenn, wenn der da, wir haben zwei, einmal so ein Bart, der ist schon lang geworden hinterher bei einem, der war wohl irgendwie krank, hat er gesagt, ne, und ist der da, oder ist das der etwas jüngerer, weiß ich jetzt gar nicht mal, ich hab da so viel, ja, und wenn du dann irgendwann zu viel hast, ja, dann blickst du aber gar nicht mehr durch, ne, auf jeden Fall, und, ja, Ja, da wollen wir uns so eine Blockseife machen, so ungefähr auch in der Größe, das ist jetzt zum Beispiel jetzt hier Olivenseife, die kann man, äh, laut, äh, Küken, kann man die wieder weich bekommen, ja, die braucht man dann halt nur im Wasserbad, die Schokolade erhitzen, riecht auch nicht so an, äh, so dolle, ja, und die ist jetzt nicht so hübsch, ich hab noch ein schönes Stück, der hat einen schöneren Duft, ne, aber hier, jetzt riecht weniger, ne, so, und das wollen wir zum Beispiel, das wollen wir kombinieren mit Ziegenwild, oder wie auch immer das so heißen macht, ne, gleich, also dieses, ja, letztendlich geht's ja auch hier jetzt noch weiter, ja, ich muss jetzt erstmal die Finger waschen, weil, wenn ich die Seife angepackt hab, ja, sonst schmeckt das Essen mehr nach Seife, ne, ne. So, Handtuch muss ich mir auch wieder aus dem Strang nehmen, hat mal einer bemerkt, ne, hier, guck mal, hör mal. Klingt gut, ne, hört sich doch gut an, ne, wie in alten, in so einer alten Schlossentür, ne, find ich Hammer, ha, 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 ganz knorke, ja, das hat einer mal geschrieben, und dann hab ich mal so einen ganzen Film nur mit dem Geräuschler gemacht, ne, Ja, also, hab ich mal öfters rausgeholt und lustigerweise die Tür mal geöffnet, und dann hab ich das Mikroskop auch noch da reingelegt, da war ja alles aus, ne, da war ja voll die Stimmung angemacht, ne. Hallo, Niki, möchtest du... Halt die Kampfer, äh, halt die Klappe, ich... Ah, ja, nein, ich ruh mich aus, du ruhst dich aus. Gerd, äh, du wärst schon, dass ich jetzt grad hier mitten im Film renne, ne. Hallo? 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 Ich möchte, ich möchte jetzt hier grad... Ich möchte jetzt... Nein! Hau ab, du Sau! Hau ab, geh! Ich hab mich spürt, du hast Rückenschmerzen. Ja, sicher hab ich Rückenschmerzen, aber deine Schweinerei, wenn du mir ja vorhast, du willst mich nur... Nein! Dann müssen wir das von vorne machen. Sag mal! Wenn du heute von hinten dich will, dann müssen wir das von vorne machen. Na, also, Marcel, mitanitschka! Dann dreh dich um! Hilfe! Hilfe! Der geht mir am Sack, der Kerl, der ist geklopft. Aua! Benutzt, benutzt, benutzt einen Gummi. Benutzt einen Gummi dafür. Du willst doch nicht unsere Leute treffen, oder? So, ich muss aber jetzt mal meine Eier abschrecken. Könntest du mal bitte da reingucken? Wenn du nackend an den Tomaten rumläufst, dann werden sie ja auch automatisch rot, ne? Also, bitte nicht da am Mikroskop dran. Wenn du so empfindlich brauchst du ein neues. Wollt ihr ein neues? Das heißt ein neues. Nee! Das ist auch keine Hilfe, ne? Merkst du? Große Hilfe ist das nicht. Geh doch weg! Ach, du bist noch da. Ja! Ja! Der Mikroskop ist nämlich sehr empfindlich. Ja, und ich auch. Das ist öfter so. Geh aus dem Hühlschrank. Geh aus dem Schrankschrank. So flippen wir wieder den Schrank her und gleich mal am Abend essen. Nächstes Jahr wieder nix, doch. Wie der eine schon geschrieben hat. Und dann ist der Welt ein Lohn. Wiedersehen. Macht Freude. So. Was machst du denn da? Die Flasche stehen. Ja. Du hast die Flasche auch verkehrt rum hingestellt. Mit dem Korken nach oben. Dann kann die auch nicht stehen. Weser? Hier drin. Hier drin in dem Schrank. Ich möchte nix. Ich möchte nie nix. Weißt du ja. Wollt die VW-Bulli-Taste da mal nicht rausgraben? Oder soll die im Karton bleiben? Wie soll die im Karton bleiben? Ja, aber der muss doch auch nicht in dem Schrank halten. Du könntest das da mit oben beistellen. Wie soll die in den Karton bleiben? Ja. Was habe ich gerade gesagt? Dann könnte die mit nach oben. Die nimmt mir da auch nur Platz weg. Ne? Ja. Ja. Aber was ist da den? Warum machst du hier die ganze Tasche nicht leer? Oh Gott. Hier habe ich ja den Ples... Äh... Die Ples-Taste. Hättest du auch mitnehmen können hier die Karre? Das fällt auch schon auseinander, ja. Wo kommst du jetzt? Ach da? So. Ach da. Da ist der? Da ist der? Ja. Ach so. Ja. Danke dir. Oh wieder. Oh wieder ist doch die Polizeikontrollkamera, ne? War da mal irgendwas? So. Das kann erstmal da hin. Können wir mal gucken, ob wir da am Kellertreppe eine Schraube in der Wand machen. So geht das hier. So geht das jeden Tag. Aber das macht nichts, Leute. Aber das macht nichts, Leute. Da kann ich mit leben. Das will ich ja auch gar nicht anders haben, ne? Das werde ich erstmal einen kleinen Humpen nehmen. Nicht drauf gucken, welche Firma das ist, ne? So. Eier habe ich gekocht. Jetzt gehe ich dann hin. Nehme mir die Gurken zur Brust. Jo. Und was macht das Essen hier bei mir anders? Ja, ich mache zum Beispiel... Äh. An den Nudelsalat gehe ich jetzt hin und mache da Mandarinchen dran. Weißt du? Mandarinchen macht das so ein bisschen Hula-Hula-Hawaiianisch. Renate, ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Mir macht das so viel Freude, was du alles da schreibst, ne? Aber du kennst ja auch nicht jeden Meter, aber du kennst ja auch nicht jeden Meter, jede Sequenz oder ich sage jetzt Hula-Hula. Ja? Und dann schreibst du dann morgen, äh... Jo, Hula-Hula, im Bassdrückchen, tralala, oder irgendwie sowas. Ich finde das süß. Ja. Aber ich sage jetzt die Wahrheit, ne? So. Ach, ja. Aber übrigens, Renate, ich habe dann... Du hast ja gesagt hier, von wem du findest unsere Eimel-Adresse nicht, ne? Ja, ich habe so ein paar Antworten, die ich dir geschrieben habe, habe ich so immer mit drunter geschrieben. Aber wenn du unter dem Film schaust, unter jeweilig irgendeinem Film aus der letzten Zeit, ähm, in den Beschreibungen ganz unten, da findest du unsere... Ja, man muss ja so ein Impressum oder so haben, ne? So soll reichen. Ich gebe ja meine ganze Adresse nicht an, ja, da wüsste ich überhaupt was von, ne? Von wegen Impressum und dann schreibe ich da meine ganze Adresse da rein. Ja, stell dir mal vor, ich kriege da andere Pakete von euch, so Care-Pakete, so Ost-West-Pakete, ne? Wisst ihr noch, äh, von West nach Ost, wie die Pakete da aussahen? Ja, von Ost nach West waren da immer Halogen-Kugeln drin und, äh, Gemüse, ja, aus dem eigenen, äh, aus der eigenen, äh, wie heißt das, aus der eigenen Scholle, ne? Scholle, ne? Hat man, glaub ich, immer gesagt, aus der eigenen Garten, Schreibergarten, alle, ja, und dann zurück von Ost, äh, von West nach Ost, die Pakete, da waren halt immer Praline, Wochenend, also diese Zeitschriften, ne? Ja, ich glaub, die gibt es gar nicht mehr, deswegen kann ich das ja ruhig sagen, Wochenend, Praline, äh, quick, ja, ähm, die Neuesten, ähm, von Burda, ja, diese Strick- und Häkelanleitung, ne? Ja, ja, diese, diese, diese Landgarten, wo der Mann überhaupt nicht mehr durchblickt, ne, ja, die Frau setzt sich da vorne, ah, 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 ah überraubt gemacht, ne, und da brauchten die Nylons, ne, für über den Kopf ziehen oder so, ne, ja, und Schokolade und Kaffee, Kaffee und After Aids und so, ne, ja, aber hallo, ne, schön, da ging das immer so hin und her, die Pakete hin und her, ne, ja, oh, das ist jetzt so und so groß, das müssen wir dann auch machen, ne, ja, dann ging das, ne, da hat man immer sich überlegt, boah, der Gertrude, ja, was schickst du der jetzt, ne, die ist wirklich auch 87, ne, ja, was meinst du denn, was die noch gebrauchen kann, so, vielleicht ein Wagenheber oder so, ne, oder ein Toaster mit Grillfunktion, weiß man ja nicht, ne, was kannst du der Gertrude mit 87 denn noch schenken, ne, wir haben uns geeinigt auf Aftershave, ne, Tabak Original, ne, ja, da konnte man, da hatte sie voll Spaß gehabt, ja, da konnte sie dann wieder gegen was anderes, ein Sackzement oder so eindeutig, fand das nur, hab ich, ich hab, ne, Niki, seine Family ist ja auch, ne, ist ja auch von Rieben, ja, klingt jetzt droh von drüben, ne, von, von, ja, von hier, ne, also von da, ähm, ich sag, Mensch, sag ich mal, war das nicht früher irgendwie schön, da guckt er mich so an, der Vater und die Mutter, ne, ja, ich mein, so, so überm Gartenzaun, ey, hast du mal ein Sackzement, du wolltest doch die Dachlappen haben, ne, genau, sag ich, sag ich, und das war das Schönste, ja, das gibt es heute nicht mehr, heute ist man sich so am Gartenzaun, von Nachbar zu Nachbar, nebenan, direkt nebenan, da ist man sich schon fremd, ja, man guckt sich ja gar nicht mal mehr an, der Nachbar, ah, 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 was ist, da läuft das so, ne, da kann man mal nicht rüberrufen, ey, Alter, was ist denn los mit dich, komm mal her, ich hab da so ein Einreihebemütteln, Wacholder oder so, ne, ja, nee, alles, alles vorbei, alles, stich den Schacht, Glück auf, ne, ja, ich muss mich aber jetzt so weiter drum kümmern, sonst wird das hier ja gar nichts, auch die Gurken, die sind ja, die Gurken sind ja sexy, aus, habt ihr schon mal eine sexy ausgene Gurke gehabt, also, ich zeige euch eine, ich hebe das mal hier so aus, ich sag, guck mal, sieht die sexy aus, für alle, die jetzt gerade in anderen Umständen sind, und eine genauso schön wie die andere, ne, und dann die, was machst du da, was machst du mit der Tür, Tiger, ja, und eine genauso schön wie die andere, und das finde ich ja so sexy da dran, so, so erotisch, ne, Tigerchen, was hast du, hm, so, ich mach jetzt mal hier ein paar Gurken klein, ja, ja, Niki sagt, oh, das sind ja nur ein paar, paar, äh, Nudeln nur, das ist ja gar nicht so viel, nö, das ist auch nicht so viel, das kann er mit Recht haben, also, eine Fußballmannschaft kriege ich da jetzt nicht mit, so, also, ja, der eine sagt, mach da einen Schluck Essig dran, am Kochwasser, der andere sagt dann wieder, mach, äh, Salz dran, so ein Esslöffel Salz, äh, wobei, bei, ja, Salz habe ich schon auch, aber wo willst du den Unterschied feststellen, na, kaufst du ein Paket Eier, dann probierst du dann an den zwölf Eiern aus, und beim nächsten Mal, gibt das schon wieder Eier, vom anderen Bauer, mit anderen Hühnern, ja, schale dicker, oder dünner, ja, ähm, anderes Huhn, andere Gene, vom Huhn, ja, ähm, wie will man das auseinanderhalten, das geht ja überhaupt nicht, ne, und das ist das, ne, da hört der Spaß nämlich schon wieder auf, so, ich mache jetzt hier kleine, äh, so in Viertelstreifen schneide ich die, die Gürkskes, und dann gehe ich hin und mache da, kleine Würfelküsse dran, draus, so, guck an, ich kann, ich kann euch ja zur Befriedigung von dem einen Herrn da, ja, der so gerne uns beim Essen, ich weiß gar nicht was, der hat einfach mal einen anderen Film anstrengend, weil wir filmen uns nicht jeden Tag beim Essen, ja, weil wir manchmal haben wir da so, Gespräche, ne, so Unterhaltung, und da möchten wir ja auch mal nicht, ja, dass wir unsere Privatgespräche dann so verfolgen, und das Essen, also beim Essen ist natürlich die beste Möglichkeit, ja, familiäre, wichtige Unterhaltung zu führen, ne, ja, so schaut das dann aus, ne, guck mal, ich habe jetzt hier ein paar Gurken reingemacht, guck mal, das wird doch schon immer mehr, ich mache jetzt da nochmal eine Gurke rein, damit ihr seht, wie die Gurke da so reinfällt, ne, ja, für die Leute, die das gerne so in die Kochbörder gucken, ja, das ist ja auch richtig, ich gucke mir ja auch Kochsendungen an, aber wenn ich dann so, pass auf, ähm, da gibt es einen so einen Kochfritzen, das habe ich ja auch schon mal nichts bemängelt, aber, ja, da habe ich mir so gedacht, oh mein Gott, ja, wie kann man nur, ja, äh, da hast du das Gefühl, das Mikrofon ist in dem, in dem Rührteich reingeschmissen worden, ja, aber das finde ich ganz cool, dann hörst du das, wie das da so am Matschen, am Knatschen ist, ja, so, als wenn ich jetzt hier, wo ist mein Mikroskop, hier, hört ihr das? Ja, ich pell jetzt gerade ein Ei ab, das ist auch wichtig, wie man, dass man gehört, äh, man hört, wie sich das Ei ab anhört, wenn man das pellt, und das ist ja, total unnötig, so, so, ich pell jetzt das nächste, ist auch wichtig, dass man das jetzt hört, knatsch, knatsch, da ist immer so eine Pelle dran, hier in dem Ei, also unter der Schale, zwischen Ei und der Schale, und das geht immer so schlecht ab, da musst du so knibbeln und knabbeln, kann Renate wieder aufschreiben, knabbeln, und der dicke Onkel hat geschrieben, knabbeln, ja, ja, ich bin, bin ja auch, äh, von Haus aus, komisch, ne, nein, also Komiker, ne, äh, das habe ich so für meinen Onkel, ne, also, da muss ich ehrlich sagen, mein Onkel, das war so, der ist leider viel zu früh gestorben, ebenso wie meine Tante, meine Familie, allgemein, die hätten alle so, ja, so 130, 150 Jahre alt werden können, äh, da hätte ich richtig viel Spaß mit gehabt, ne, aber, nein, der Herr hat es genommen, oder wie war das nochmal, gegeben und genommen, ne, ja, kannst du machen, nüsch, ne, so, ich pelle jetzt hier das vierte Ei, ach, ja, Leute, ja, ich drehe das mal hier so ein bisschen um, ne, damit ihr mal ein bisschen Bewegung im Bild habt, ja, so, das meine ich jetzt so, ne, mit, so eine Kochsinn, und da zeigt man euch so einen halben Tag lang, ja, den Inhalt von einem Kochbord, was ja auch total, absolut, mega wichtig ist, so, und dann habe ich hier meine Eierpfeile, das ist meine Eierpfeile, ja, mit dem arbeite ich unwahrscheinlich gerne, da kannst du sogar rohe Kartoffeln, Zwiebeln, ja, wenn du eine dicke Zwiebelringe brauchst, oder so, ja, kannst du ganz toll, ja, wie siehst du, aber nur hier, Leute, da bitte nicht mit den Fingern reingreifen, das macht Aua, ja, und dann kannst du hier eine Kartoffel reinmachen, Zwiebeln, Tomaten, Pilze, ja, also Champignons, also, und schnitt, ist es durch, so, guck hier, ich zeige euch das mit meinen Eiern, ja, zeig, ich lege das jetzt hier einfach nur so drauf, also jetzt eine Führung, ne, und dann gehe ich da einfach nur hin, so, wuppdiwupp, und wenn ihr jetzt, sag ich mal, ja, so Würfelkiss haben wollt, dann nimmt ihr jetzt einfach das Ei, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber jetzt zeige ich euch nochmal quer, siehst du, die Schnitte sind so, und jetzt geht das aber so, ja, dann gehst du einfach hin, und machst du so, zack, und dann hast du schon Würfelkiss, ne, so einfach kann man das machen, jetzt will ich auch noch hier so ein Küchengeräteverkauf, Vertreter, ja, da wisst ihr ja was von, ne, so, zack, ne, ich verkaufe doch hier keine Küchengeräte, so, jetzt tue ich das nur mal abstellen, damit ich das reinschmeißen kann, zack, na, guck mal, wie schön sowas geht, na, Renate, musst du dir unbedingt kaufen, kriegst du bei Amazonas.de, oder ok, oder wie sie alle heißen, na, könnte das mal ein bisschen hier, lege ich das einfach nochmal so quer rein, und zack, Würfelz, so, hallo Küchen, so, zack, drin, ein bisschen abkloppen, und gleich einfach mit, mit der, mit der Spülbürste, kann man eben die Spülbürste hier so, so reinfahren, genauso von der Rückseite, also nicht auf die Messerseite, sonst habt ihr die Spülbürste irgendwo mal ganz kurz, ne, dann wird die immer kürzer, weil das sehr scharfe, klingen sind das, so, das kann ich auch schon mal so mit Wasser, ich hab gesagt, zu wenig, es ist immer zu wenig, bei dir ist immer zu wenig, aber du hast das auf dem Teller, dann bleibt die Hälfte wieder liegen, also raus, nein, ich hab dich auch lieb, sag mal, dritter Löffel klaut er sich einfach weg, ich hab gleich nichts mehr zum Umrühren, dann steh ich da mit, mit dem Salatlöffelbesteck, steh ich da in der Luft herum, ne, ja, jetzt aber raus, ich glaub's nicht, guck mal, was da für ein Loch jetzt drin ist, Mensch, aber das mit zu wenig hier, ich mach jetzt da noch ein bisschen von dem Gurkenwasser dran, Gurkenwasser geht immer, na, mehr nicht, nur so ein Schluck, so, was weiß ich, drei, vier Esslöffels, ihr könnt jetzt mit wenig Mayonnaise, oder mit vier, mal raus, ab, ich wollte nur noch, ich wollte nur mal gucken, wie der jetzt aussieht, nein, der sieht scheibenkleister aus, der ganz schlecht ist, ganz bach, ja, lass mich mal angucken, ich möchte das jetzt, ich hab doch kein, im Moment geht mir das jetzt ganz schön am Sack, ich möchte nicht haben, dass du mein Essen isst, ich hab doch keinen Löffel in der Hand, jetzt mein Essen isst, ich hab doch keinen Löffel in der Hand, du, dein, da, dein ist der größte Löffel, ich löffel nicht ein, also, lass mich mal einfach mal daraus, nee, jetzt tu dich gleich nassgießen, anseichen, tu den Löffel da, aber, ich hab doch, ich hab doch kein, das ist eine Unhöflichkeit, ich hab doch keinen Löffel, hier, nee, das schmeckt nicht, das ist Zwiebel, das ist gesund, nee, ab, Löffel weg, du bist bewaffnet, ich hab keinen, ich hab keinen Löffel, du bist bewaffnet mit dem, so gehört sich das, so, jetzt muss ich doch mal, nein, auch nicht mit dem Finger, ach, ich bin, ich kann nicht, ich komm, ich kann, ja, dann musst du kochen, dann hab ich hier, kack, 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 ab, da haben sie den Arsch, sag mal, hat das noch, oder was, geh raus, geh üben, geh, geh raus, geh mit der Oma, von Küken sprechen ab, also ehrlich, die jungen Leute heute, ne, ach, nee, ach, nee, ja, aber so, das ändert sich einfach nicht, so bleibt das hier, sonst hab ich hier noch ein bisschen, Ramoulade, kitzelt schon mit den, ach, ich bin nicht, äh, ein Kleister, Entschuldigung, geh nochmal eben weg, ich wusste nämlich, ich hab wieder meinen Niesanfall, glaube ich, ne, hat aufgehört, das war schon wieder, ach, nee, 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 weißt du das, nehm jetzt doch ein bisschen, hier von der, Miebel, Hotdog, Sause, Sweet Onion, geht ja gar nicht, ist ja noch geschlossen, nur ein Bissken, damit das ein bisschen, cremiger ausschaut, so, der bediente sich hier mit einem großen, mit einem großen Suppenlöffel hier, und klaut mir meinen guten Nulli-Salat, ich glaub's nicht, böse, alle sind böse, so, so, jetzt hab ich hier, mach ich hier, ich hab jetzt hier so ein, ja, ihr könntet vielleicht jetzt mit dem Kodierstreifen da drüber gehen, mit so einer Registrierkasse, könnt ihr jetzt am Fernsehapparat halten, dann wisst ihr, was ich hier in der Hand hab, ähm, äh, wie heißen sie, Mandarinen-Orangen, ja, die können sich mal wieder nicht einig sein, ne, Mandarinen oder Orangen, ja, ähm, aber wisst ihr eigentlich, dass die mit Schwefelsäure sauber gemacht werden, also zum Poolen, zum Abbellen, ja, da sind dann so, ähm, ich glaub, iranische, ich weiß gar nicht, wo es jetzt herkommt, äh, ziemlich weit weg, ja, also immer zum Abbellen von der Schale, machen Frauen, ja, also die da beschäftigt sind, die Menschen, und, äh, dann werden die verteilt, also in die einzelnen Segmente, und dann werden die in ein Bad mit Schwefelsäure, glaub ich, ja, mit Schwefelsäure, ähm, reingebadet, und dann ist ja, weißt du, wo die Kinder mal sagen, äh, ne, ich mach das Weißen, warum, warum nicht, ja, machen ja mal viele Kinder, ne, hat mich nie gestört, ja, wenn das zu viel war, hab ich das natürlich von selbst abgeknippelt, weil so viele Hände hatte ich, ja, ähm, und dann wird das damit, das wird das Weiße so abgeätzt, und dann kommt dann natürlich wieder im Wasserbad, ne, wird das wieder sauber gespült, die schwer giftige, hoch empfindlich, gefährlich, super gefährliche Säure, wird dann abgespült, ne, und dann ist gut, ne, und dann läuft die Säure natürlich, wenn es dann, äh, nicht mal gebraucht wird, ja, wird ja natürlich so, ach, Hahn, Wasserhahn, oder Abflusshahn, dann los geht's, schraubt, und dann ab, zack, in der Kanalisation, ja, und du brauchst dann auch gar nicht mehr, ähm, eine Angel, ne, das wird dann so gleich in die Flüsse gelassen, und von da aus, kannst du natürlich dann die Fische so, greifen, ne, die schwimmen dann nur über eine Oberfläche, manche, manche stinken, ja, der Fisch, der stinkt immer vom Kopf, ne, äh, fängt er an stinken, ähm, so, und, jo, da kann man sich halt, die Angel sparen, ne, äh, ja, im Bach hört die Forelle, lalalalalala, ich nehme mir mal jetzt hier so ein, so ein Gläschen, und machen mal ein bisschen das von dem Saft weg. Oh, Stößchen. Ja, ist nur, ist nur hier. Ist nur Saft da. Ja, man schmeckt noch so, die Schwefelsäure. Ne, ich will nicht so viel Saft da drin haben, wenn da ein bisschen Saft drin bleibt. Dann ist das gut. So. Jetzt hau ich das da einfach so drin. Und jetzt wird das vorsichtig untergehoben. Ja, siehste, reicht schon. Mehr Geschiss brauchen wir dann nicht. Ah, lecker. Lecker, schmecker, klein und rund. So, das war es schon wieder, ne? Stößt. Nein, Quatsch. Pass auf, jetzt zeige ich euch, was ich hier mitmache. Ja, deswegen, ich habe ja gesagt, ich lasse die, äh, was ich so abschneide. Also lasse ich mal so ein Stück über, ja? Und dann lasse ich die Wurzeln fallen dran. Und das zeige ich euch jetzt. Oh, ja. So. Kommt ihr mir ja auch hier rein. Ah, so. Du musst da aber raus. So, dann kommt hier ein Loch rein. Zack. Loch. So. Ach, das ist verkehrt rum. Kommt die Zwiebeln da unten in Australien wieder raus. Das geht doch nicht. So. Zack. Wunderbar. Kommt da schon was? Nein. Kommt hier was? Nö. Mann, 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 meine Kräuter. Ach ja. So ist es, ne? Hast du immer den Geräten? So, Tür ist wieder zu. Ah. Ja, das war jetzt mein kleiner Kräutergarten. Natürlich wächst halt alle nicht so, wie ich das gerne will. Ich weiß nicht warum. Ich sage ja in Türkei, ne? Das kapiere ich nicht. Ich kapiere es nicht. Ja, in Türkei, die Leute, ja, die schmeißen irgendwas auf den Kompost. Ja, oder hinterm Kompost oder irgendwo oder lassen einen Appel fallen. Ja, und aus dem Knusbügel steht so ein Baum. Auf einen Schlag. Ey, so. Ja, und die haben so Felsbrocken im Feld, ne? Total die harte Erde. Ja, ich kapiere es wirklich nicht. Ja, das habe ich mich da schon drüber gewundert. Ja, aber jetzt eigentlich auch ein bisschen geärgert, ne? Ja, weil sie gesagt, so ein, na, äh, die schmeißen einfach eine alte, matschige Aubergine ja irgendwo dahin, auf dem Land. Ja, und nach drei Wochen fängt das an zu blühen, schon. Ja, das ist schon vier Wochen später, hast du schon die Aubergine-Früchte da dran kleben, so. Aber ehrlich, ja, ich beobachte ja solche Filme, ne? Und, ja, mein, für den, der die Filme dreht, ist das ja was anderes. Der merkt das nicht so richtig, ne? So, aber wenn ihr jetzt, sag ich mal, äh, von derselben Familie immer, ähm, so alle, ja, einmal in der Woche, ja, die machen auch, ich kenne da welche, die machen am Tag zwei Filme, ne? Also noch bekloppte wie meiner, unser einer hier, ne? Ähm, soll die machen am Tag zwei Filme. Und dann gucke ich manchmal auch nur einmal in der Woche ein Stück, was interessant aussieht. Ja, und dann immer meistens, wenn sie auf den Bazar gehen, dann kann man die Preise gucken und so, ne? Was ich immer sehr interessant finde. Ähm, ja, und dann siehst du das Ergebnis da, ne? Dann siehst du das wie im Zeitraffer, ja? Erstmal streuen sie auf dem Feld irgendwelche Körner hin, ja? Ein bisschen untergraben, so mit der Haken, ein bisschen rüsselig machen, ja? Und dann, boah, wenn es regnet, gut, ja, dann hat es geregnet, ne? So, dann kommt die erste Woche, da gucken die Pflanzen schon so raus, ehrlich, so. Ich kapier's nicht, ja? Dann, äh, wieder eine Woche später, dann gucken die schon so, ne? Da hast du schon so rausgucken. Ja, und nochmal zwei, drei Wochen später, ja, dann ernten die schon. Ja, ich kapier, ich komm da, ich komm da nicht drüber weg. Ja, Leute, irgendwie haben wir hier was verkehrt. Ich denke mal, da ist die Politik schuld. Da ist die Politik schuld, ich glaub, äh, die sorgen dafür, dass hier irgendwie nicht mehr so schön läuft, wie man sich so wünscht, ne? Ja, wie groß die Liga. So, ein bisschen Platz im Kühlschrank. Hey, oh, wie schön. Oh, ist das herrlich. Kein Platz im Kühlschrank. Ja, und dann, wo sind jetzt mit dem, aber ich tu den hier, wir essen da gleich schon sofort, dann tu ich den mal hier im Schrank. Cody, Cody, ich glaub, das ist mein Bereich, wo du hier rumläufst. Mein Bereich. Ah, Cody. Du hast ja schließlich eine Schüssel in der Hand, ne? Nicht jetzt hier im Kopf ein Sprung in der Schüssel, ja, sondern man hat ja eine Schüssel in der Hand. Die Katzen meinen, oh, das ist eine Schüssel für uns, die ist genau richtig, ne? Du bist ja nur noch der Dosenöffner. Der Dosenöffner für euch. Ja. Cody, Platz für mich. Ja, es ist manchmal hart, ne? Warum hole ich jetzt nur zwei Zeller raus? Oh mein Gott, ich hab ja hier noch einen. Ach, der ist auch frisch gespült. Ah. Ja, Leuten. Ach, guck mal, hier ist auch noch Gulasch. Gulasch ist ja auch noch da. Den könnte ich auch noch warm machen, hör mal. Ja, aber hallo. Ja, das geht auch. Ja, ich hab, ich, ja, ich hab noch, äh, Gulasch. Oder, wie wir früher gesagt haben, Gulpopo. Ja, Gulpopo, nicht Arsch, sondern Popo. Klingt viel süßer. Ach, ja, Leute. So, dann mach ich jetzt einfach warm. Und dann kann man sich halt nämlich noch dabei tun. Mach ich dieses Stück ein bisschen kleiner. Hört sich gefährlich an, ne? Ist auch gefährlich. Ich hab nämlich hier meinen, meinen Monsterlöffel. So. Zick-Tack fertig. Mach hier nochmal einen Schluck von meinen Gurken. Wasser dran. Und noch mal ein bisschen von den, von den Dingenskirchen. So. Reicht. Deckel drauf. Deckel zu. Kannst du mich denn nicht entscheiden. Einmal Hü, einmal Hot, Zappalat. Was los mit dich? Boah. Kann man sich dann nämlich noch bei dem Dingenskirchen dran machen. Aber wenn das warm ist, schmeckt das auch besser. No. Das ist gut. Schöne Idee. Ich bin mir jetzt gerade ein. Mensch, du hast ja doch, da war doch noch was in den Kochbrot da, ne? Jetzt habe ich jetzt. Ach, herrlich. Ja. Ein bisschen Besteck. Gehört dazu. Da brauche ich noch gar keine, noch nimm als, oder ich könnte doch, könnte. Machen wir einfach. Ich tue die Mutter mit am Tisch. Einfach ein Brot. Da kann sich das jeder, eine schmieren, ne? Ja, Cody, du musst nicht immer gebettelt kommen. Schau mal, du hast heute Morgen schon was gehabt. Du hast ja irgendwann ein Kreuz wie ein Raubritter. Komm her. Guck. Das ist der dicke Cody. Ups. Der dicke Cody. Der liebe dicke Cody, ne? Boah. Ei, einmal schmuten. Ist ja meine Schmute, woher ich's find? Ein Schmute-Monster. Guck mal da rein. Mach mal Hallo. Hallo. Da sagst nix, ne? Du bist gerne auf den Arm, ne? Du hast das gerne, ne? Ja. Mein dicker Cody. Cody. Na wie Martha. Ohne Haar. Seitenwacher. Nein, du kommst nicht im Müsli. Aber du bist eine Cerealier. Und du bist eine Cerealier, uns Spaß zu machen. Was der schön in den Stillsitz, ne? Du gefällst mir, Hammer. Ja, ich hab noch nie so eine Katze gehabt, die jetzt so lange ausgehalten hat. Merkt ihr das? Cool, ne? Aber ich lass dich jetzt runter, weil ich stehe jetzt ein bisschen komisch. Aber schön. Aber schön. Fein. Toller Katz, ne? Oh, ich hab ihn lieb. Ich muss hier ein bisschen gucken. Wasch mich mal eben auch die Fingers. In der Zwitschulzeit könnte ich auch ein bisschen spülen. Ich schlepp euch mal eben kurz hier so rüber. Ich spüle jetzt einfach mal eben schnell. Äh, stört euch doch nicht. Oder stört euch das? Und das Asti-Spor-Mante daneben, ne? Also, oh, Schwulendiesel auch genannt, ne? Asti-Spor-Mante, ne? Schwulendiesel. Da leucht die Maschine, du. Schwulendiesel. Hammer. Mal wieder ein Wort erfunden. Ach, ja. Ja, aber so läuft das jeden Tag hier ab, ne? Selbst wenn die Kamera nicht an ist, muss ich mit Licky seine Eskapaden, na? Seine unfreundliche, freundliche Art, seine süße, unfreundliche Art, wie auch immer, muss ich einfach mit leben, ne? Küken auch. Küken wird auch ständig von dem Mann gequält und geärgert und getriezt, ne? Egal, ne? Ja, ich sag das nicht, also, ja, ich sag das nicht, also, äh, manchmal könnte ich ihn verfluchen, aber dann tue ich ihn wieder suchen. Ne, verfluchen darf ich nicht, ja, ich hab ja euch erzählt, ich hab manchmal das Gefühl, ja, meine Fluchtflüche, die ich so ausschmeiß, rauswerfe, die geht, das ist schon bei mehreren Leuten, ist das passiert. Die haben echt den Löffel abgegeben, aber die hab ich wirklich gehasst, ne? Boah, hab ich die gehasst. Da hab ich sie so verflucht, noch einmal waren sie tot. Aber im Windeseile, ne? Ganz kurz, ne? So ein, zwei Monate später. Ja, äh, mir macht das zu schaffen, ne? Ey, so, jetzt nicht, dass ich jetzt, äh, ich hab ja euch ja gestern gesagt, von wegen, äh, vorgestern, wegen Aberglaube oder so, ne? Man weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vielleicht bin ich ja so ein Rudoo, ne? So ein Rudoo-Man. So, eben kurz hier meine gefährliche Eierpfeile abspülen. Mal gucken, vorsichtig von der Seite. Na, kommst du jetzt mal da. Da ist noch ein Fussel drin, das muss raus. Hier herrscht die Diene, auch wenn es nicht so danach ausschaut. Ach, ja. Höh, höh. Ach, aber schön, dass ihr da seid. Schön, das sieht gut. Klasse. Ja, jetzt müssen wir ja, wir müssen jetzt die, zunächst die Hecke schneiden. Uh, da sehe ich schon wieder schwarz. Die ist unwahrscheinlich heftig geworden. Ähm, äh. Ja, die, wenn die nass wird, dann, dann, dann ragt die schon in die Straße rein. Und das darf ja nicht. Große Probleme, oder drei große Probleme. Na, das eine ist ja so ein kleines Problem. Äh, Küken ist ein Mädel. Ja. Äh. Und die hat, äh, ja, nicht so viel Kraft wie ein Mann, sage ich mal. Ja, ich hab's schwer am Herzen, also großartig viel laufen und anstrengend ist nicht. Ja, ähm, oder mit der Arme so rumrudern, weil ich meinen Defi-Schrittmacher hier so drin hab. Äh, und, äh, Niki hat Asthma. Wir haben jetzt verdammt gut getroffene Asthma und hat er ja auch selbst erzählt, also David hat erwähnt, äh, Epilepsie, solche Anfälle, ne. Also, dass er einfach umkippt oder liegt oder, ja, er merkt das, das hat so eine Aura, ne. Aura nennt man das. Äh, aber der hat so eine Vorahnung davon, wie geht's jetzt nicht gut. Und entweder hat er sein Notfallmedikament dabei, oder, äh, ja, wenn er das schnell genug noch einnehmen kann, ne. Ja, das ist aber, das Blöde ist ja, das ist eine Tablette. Wie willst du jetzt jemanden, der jetzt einen Anfall hat, ja, oder kaum die Zähne vielleicht auseinander bekommt, wie willst du dem jetzt noch eine Tablette geben, ne. Also da, mal eben die Nörser, ja, und wie gesagt, da müssen wir die Hecke schneiden und da haben wir echte Schwierigkeiten. Da müssen wir uns wirklich mal so einen ganz ruhigen Tag aussuchen, ja, und, äh, dann können wir das so ein bisschen, äh, können wir das schaffen. Ähm, aber das ist halt immer grundsätzlich immer mit, immer mit Risiko, ne. Immer großes Risiko dabei. So, ja, das macht sich jetzt hier von selber warm. Und, ich schmeiß schon mal das Brot. Wo war, Butter nehm ich mit. Äh, bin dann mal eben genügend. Und, äh, bin dann auch schon mal rüber, mach da mal eine Zwiebel dekorativ mit am Tisch. Mach ich immer gerne. Ah, ja, sag, die lege ich jetzt einfach da so irgendwo drauf. Ach, ja, Nudelsalat, den schnappen wir uns gleich. Ah, so eine Zigarette brauche ich noch. Ja, das ist die richtige. Oh, lecker. So, ich bin ja mal eben eine Rauche, ne, bis gleich. Niki Küken, Silvana, Sarafina, Jeremy Pascal, Sarah Jane, Lavinia, Kalanta, Estefania, Loredana, sofort zickzack und antreten. So, ich bin ja mal eben. So, ich bin ja mal. griechisch und heiß setzen griechisch und heiß setzen mir ist nicht mehr zu helfen also geschmissen was ist da oben im schrank hoch mann katzen wir müssen nicht immer zwischen die füße rennen das ist ganz gefährlich doch mal immer zwischen den fuß rechne bald die geräten nip 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 so hier haben wir eine umgrabung eine ausgrabung so dalle schmeckt das muss denn mal lauter werden arschloch weiß doch wahr bitte mal lauter da ja so der herr graf kommt auch schon hallo sarafina oder bist du die erste panz ja älter der klauer der oberst klauer du wirst jetzt mal das kein nudelsalat erst mal das das kann man zusammen machen ne das ist auch getrennt ne man kann aber auch pupsen oder jetzt kannst du den rüber geben nimm dir raus bevor du alles ne ich nehm dir gleich raus sei nicht so gierig und lass was drinnen ich bin doch nicht gierig nein guck mal guck mal hattet ihr den mhm hat der vorhin bei mich auch gemacht doch hat sich einfach gemopst er wollte nicht teilen ob ich ja vielleicht noch gar nicht mit fertig war mit dem Nudelsalat das ist doch schon am mopsen Herr Ölömel war nicht am mopsen ich habe nur gerecht aufgefallen also boah boah ey ich habe nur eine Katze in der Ecke weißt du wieder komm her komm her komm her komm her komm her Teki guck nämlich gerade hinten am Schrank ich will nämlich in den Schrank rein ne hey guck dir denn da nur Werbung ach Werbung du musst noch Schrautee zu essen hä haben wir doch gestern also haben Schrautee noch gar nicht hab ich doch und friskatzenkacke mit Krokant aber Schrautee könnte ruhig noch weit gehen ne mhm der ist aber nicht mehr zukunftsmäßig so und dann so und dann boah im in im im der im 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 Vielen Dank. Die holländischen Würze sind da, genau da ist der Schweine drin. Die holländischen Würze sind da, genau da ist der Schweine drin. Die holländischen Würze sind da, genau da ist der Schweine drin. Die holländischen Würze sind da, genau da ist der Schweine drin. Die holländischen Würze sind da, genau da ist der Schweine drin. Die holländischen Würze sind da, genau da ist der Schweine drin. Aber da kann ich mir schon... Wow. 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 Äh? Fleischwurst? Ja, das hört so aus wie die Hühnchenfleischwurst da. Da hab ich Prüken gemacht drauf. Ja, ich hätte auch mal Würste. Ich glaub, die könnten auch da mit sein. Da siehst du die. Sofritz sogar. Dulano. Tauk Salam. Also bei Türken hab ich das auch schon mal gesehen. Was gibt das denn da? Weißt du wahrscheinlich selber noch nicht so ganz. Warum soll man die Reste wegschmeißen, wenn die... Ja, letztendlich haben wir ja auch, damals auch Suppe. Da sind wir extra zum Metzger gegangen und haben uns dann Suppenknochen geholt. Da war so ein ganz pitzel Fleisch vielleicht grad dran. Aber die Kraft aus dem Knochen, der Geschmack, der war dann mal wichtig. Soll ich mich da hinten hinsetzen? Soll ich mach das ja alles für dich. Kippe. Es bleibt deutsch, nein, es ist Zickel. Und Zickel ist weiß, da kennst du dich immer aus. Ha, 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 ha. Das ist ein bisschen schmeckeriger, ne, so fruchtiger Party. Oh ja, hab ich ja auch deswegen eingekauft. Ja, weil ich hab ja auch geschrieben, sonst hab ich das Leben lang nicht mitgebracht. Das ist sicher noch ein bisschen dämlich angestellt, wo du es finden sollst. Wow. Da sind bei keiner von euch zwei mitgekommen. Wie gesagt, werden wir dich fragen, aber wenn ich dich frage, in der letzten Zeit kommst du auch nicht mit einkaufen. Doch. Nö. Doch. Komm jedes Mal mit einkaufen. Gar nicht. Mhm. Ich vermisse jetzt bestimmt nicht. Was machst du? Da ist Kalifatenfleisch drin. Oder was willst du? Gut, ne? Schmeckt mir. Schmecken so richtig gut. Nein, nur nicht. Hm. Das darfst du da recht nicht übertragen. Was? Das ist von ARD und ZDF fahr. Ach Quatsch mit Soße. Ach Quatsch mit Soße. Reiseführer Afghanistan. Noch jemand? Na klar. Ja. 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 Mein Gott. Ach Gott. Ein schritter Typ war. Er überschriegt sich so dermaßen mit seiner Stimme. Das macht es zu mir Spaß mehr. Ach ja, jetzt so viel wie ihr könnt. Ich noch nicht, deswegen esse ich noch eine Scheibe Brot. Niki wollte ja den ganzen Salat klauen, den kann er jetzt geklaut weiterfuttern. Für Ehefrauen? Okay. Schön fahren, finde ich gut. Aber die Frage finde ich gerade witzig. Ob das so macht. Darf man in Schweinfund leben? Was muss ich leben, ja. Was gibt der den Sieger? Gibt mir der große Reichsbürger vorzelt, was hat er? Na ja. 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 Ja, durch Wohl. Ich habe mir den Schrank jetzt aufgeraimt. Was? Ich habe mir den Schrank aufgeraimt. Was? Du mich ja auch. Du hörst dich mit der Wurst schmusen. Was? Der Hütziger. Du sollst dich... Was? Der schmusst hier, da will der Hülle reinfallen. Was? Du redest so auswendig. Was? Du hast auch so. Was? Du bist wunderös. Was? Mein Gott. Ja. Ich krieg mal einen Schluck. Wegen einfach zu husten. Reichsbürger Royale. Das ist aufgefuttert. Das ist aufgefuttert. Putschmunter. Ich habe überlegt, so ein Ledergeldpulte gibt es schon für 10 Euro. Warum soll man die Lasten da zerschneiden oder nicht noch mal? Ich finde die zu schade zu zerschneiden. Ich fand die sehr sexy auf dem Tisch. Obwohl das da nicht drauf wird. Die können wir dann nur zum Lager hochnehmen. Ganz genau. Die kann man nämlich wunderschön irgendwo hinlegen. Ja, bitte sitzen oder so. Wir sind ja noch gar nicht fertig. Dann mach mal schneller. Sag mal, hast du irgendwas vor? Ja, meine Profis. Komischerweise. Am Samstag habe ich im Video gesehen, konntest du bis zum Ende ruhig sitzen bleiben, wo ich nicht da war. Da war ich nervös, wenn ich an deiner Seite bin. Soll ich helfen, dann nicht an meiner Hose abflöchen? Boah. Ja. Moiske, nicht immer an meine Klamotten kratzen. Ich hab dich auch lieb. Hm. Hm. Mein Gott, ne? Das hat man Junior-Töne, natürlich! So, laut Verpackungsschiff, neben unter uns mindestens 23.000 Eichwörter. Es bleibt also spannend. So eine Art, was schadet, wenn es Heinrich Keiner von uns dann wieder in dem Moment zu geworden wäre, hätte es vielleicht ein Deutscher über die Kurung gegeben. Und ich habe immer so gerne über die Kurung geguckt. Es wird nichts. Es wird nichts. Oh Gott, im Himmel. Alles, das ist nur noch, was du und da war. Oh, Hexa mit Besen. Oh, Xabe, neidö. Oh jö. Oh jö. Inzucht in Serien. Eiei. Aber sie ist auch nur gleich, ja. Boah. Oh. Drei Schirrteverfälle sind 150 jährige Männer, die in der Vergangenheit berufliche oder private Rücksschwege, Du kannst ruhig ein bisschen mehr mitnehmen, Knossaler. Knossi. Ah, das war schlau. Ah. Leg sie mal, warn sie bitte vor. Legsack. Gottrop, da habe ich einen Freund, der ist wie ich, aber der ist Baron. Den Ton. F. Eure Name sage ich jetzt hier nicht. Ich bin selbst erlaubt, dass ein Reiser von Basta als Buchböhr runterdrüben ist, wie die Bungalow. Nein, Kaiserreich existiert, ihr Aufblick, du Spiller! Lass dich einweisen! Ich bin bei meiner sehr vielen sehr unseriösen Leute, der schickt hier, verstehe, A.U. und alle sind immer angenehm. Ja, klar. Und wir sind uns entgesagt, einig, dass es in der Ersene GmbH ist, und dass das Reiserreich aufgeschickt, in den Grenzen von Bolliwästen Weltkrieg. Äh, aufgeschickt hier aber Progen getroffen. Ja, vollgeschlossige GmbH, acht Freunden, die in der Rutscher-Bereichung steht, in der Rutscher-Bereichung steht, in der Rutscher-Bereichung, in der Rutscher-Bereichung, das ist alles. Äh, das ist alles unser! Und wir sind gefällig, zurückgegeben! Hälter-Fluss, in der Hafen, euch mit der Lande, durch diesen Wert! Äh, oder in Namibia, also Deutsch Südwesten, wo der Kilimanscharo ist letztlich wieder der höchste deutsche Werkt. Was tut er mit dem? Was geht denn das? So geht das. 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 So. So. So geht das. 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 Ja, wir essen hier viele Vanille, damit der, wenn man auf Toilette geht, dann brauchst du gar kein Duftspray mehr. Also wenn ich jetzt Kinder hätte, dann würde ich den Trockenmilch geben, dann brauchst du die beim Bindeln nur noch abstauben. Ja, die weh ich doch hier irgendwo, da kann Micky auf einmal mit einer Sonnenlicht. Ja, ja, die waren ganz fein gelöst. Oh, was, was, ja lass die doch liegen, kannst du ja morgen, ja das ist ne schöne Plume, ne. Also ne ganz feine Plume. Ach ja. Napa, 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 Ma. Was machst du da? Komm, 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 komm. Lass mich nicht verkrampfen, bitte. Da hat ihr das Mikrofon rein. Ja, deswegen. Ja, das ist doch ganz wichtig, dass man das hinterm Matten macht, ne. Ja. Ne. Nix ist hier noch oben. Dafür, wenn du... Puh... Dafür, wenn du puhlst... Ja. Ja, damit mir der Pups hinterm Rücken hochkrabbelt, oder was. Nix, nix sagen, nur wundern. Hör auf damit, bitte. Äh, Blau. Ja. Die kommt noch mal. Ja, die Graue ist auch bald voll, aber... Ja, stell die... Stell die Graue auch mal ruhig raus, weil wir hatten ja letzte Woche nicht. Hier erinnert man sich da noch dran. Ja, wir kamen nur für alle zwei Wochen, weil wir so gut unseren Müll trennen. Und, äh, dann ist halt immer so, wenn man den Müll gut trennt, dann geht was in den Kompost, dann geht was, äh, hier in der gelben Tonne und in der Papiertonne. Und wenn man immer alles schön beherzigt, sowas, dann ist der Mülltonne... Dann kann man den mit kleinen Mülltonnen nehmen und dann alle, äh, zwei Wochen oder so. Oder jede zweite Woche abholen lassen. Ist dann natürlich auch dann ein bisschen günstiger, ne? So. Muss mal gerade stehen. Äh. Äh. Ja. Äh. Äh. So. Küken macht mir einen schönen Tee. Den macht sie immer lecker. Da bin ich immer sehr mit zufrieden. Hier muss das mal einweichen, bisschen. Ja. Was kochen wir morgen schön. Jetzt habt ihr eine Idee. Ja, ich kriege immer schöne Ideen. Aber der Hasenpfeffer, Leute, der ist nicht vergessen, ne? Keine Panik, ob ich die Zahne... Ich muss mal nur gucken, ob ich denn, äh, also Hasenfilet, irgendwas, äh, der ist schon auseinandergenommen, ne? Hasen nehme ich nicht so gern auseinander. Nicht so, dass ich da Panik vor hätte oder so. Das ist einfach so. Ich finde, da ist kaum was dran. Das besteht ja eigentlich nur noch aus Hüpfknochen, ne? Äh. So, aber so ist ja kaum was dran. Das ist nichts Großartiges zum Sattwerden, habe ich das Gefühl. Und dann ist das immer... Ja, ich... Meine Ex-Schwebermutter, die konnte Leber... Leber ist ja komisch, ne? Wenn du Leber anpackst, fühlt sich das schon mal komisch an. Und wenn du dann Leber zerschneidest, das ist ein komisches Gefühl. Das knuspert immer, knistert. Das knistert immer, sondern so komisch, ne? Und, äh... Dann ist das, äh... Ja... Aber die konnte keine Rouladen anfassen, komischerweise. Rouladen ist doch für mich einfach nur dünne Schnitten vom Rindfleisch, ne? Von der Hüfte, ne? Hüft... Ich hab hier auch einen Hüftschaden, ne? Also... So, hab ich alles Spülbares hier bei mir gehabt. Dann hab ich das nämlich fertig. Und dann brauch ich am anderen Tag keinen Kopf machen, ne? Deswegen spül ich abends immer so nach dem Essen so gerne. Ich korte wasser, äh... Asser wasser, korte! Was machst du denn? O-Ring? Was, O-Ring? Kommt doch gar nicht dran. Weil... Natürlich nicht. Brauchst du noch was von unten? Ja, einen Kasten Saft, einen Kasten Bier, einen Kasten... Einen Kasten Bier kannst du sogar noch haben. Einen Kasten Bier, den kann er noch haben. Wasser. Wasser auf jeden Fall. Simone, Wasser. Ja, Wasser. Ja, mach mal. Ah, feste. Meer. Meer. Nicht so, das ist doch albern. Du sollst mich massieren. Du Hornöchsle. Für dich. Nein. Cut. No, 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 no. Cut. No, von... Kati. Hallo. So. Also da bin ich gespannt mit der Seife. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ja, wenn ihr erleben wollt, wie Seife gemacht wird. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Seife gießen. Seife wird gegossen. Seife wird gegossen. Ja, bei Kerzen ist es ziehen, ne. Also, Kerzen ziehen, obwohl die eigentlich nur eintunsen. Kerzen eintunsen. Mhm. Zwei Flaschen, was auch immer noch kaufen. Oh, da muss ich mal schon wieder neu kaufen. Wir werden ja letztens noch eine Kaste geholt. Einen Kasten, ja. Ach, meine ich doch. Einen Kasten. Ja, das macht nix, ne. So. So. Alles zu. Alles zu. Abgeschlossen. Schön. Wunderprächtig. Wenn ich dich nicht hätte, du. Und die kleinen Kartoffeln, ne. Vom Bauer Tiger. Bauer Tiger. Tigerchen. Ach, guck mal hier. Einmal kuschig, kuschig. Und einmal, einmal, einmal unsere Freunde Hallo sagen, ne. Hallo. Hallo. Das Tigerchen wieder. Ja. Also, Charlie kriegst du kaum hoch. Ah. Charlie kriegst du gar nicht hoch. Der ist richtig kaum rum. Der hat ja dreimal so viel Gewicht wie Tiger. Wie ist das? Der ist ein richtiger Brecher, ne. So. So. Drüben haben wir alles so schön gemacht. Ja. Hier ist auch alles in Ordnung. Okay, nein. Also nicht dumm. So, was ist jetzt hier eigentlich mit die Brause Stäbkes? Wollen wir die nicht? Ich ess sie nicht, weil's sauer ist. Oh, weil's sauer ist. Ich bin kein Freund von sauer. Was meinst, was ich manchmal morgens bin, wenn ich noch keinen Kaffee hab? Ja. Dann bin ich sauer. Oh, dann bin ich ja so sauer. Boah. Jetzt muss ich mich drum kümmern, hier um die Dinger hier. Machen wir morgen auch, ähm, dein... Hä? Dein Rollator. Können wir den auch mit rein? Ja, guck mal. Ja, hoffentlich, dass das schön Wetter ist, ne. Wird doch schön. Wird schon. Wird schon. Ja, ja. Können wir machen, ne. Weil ich glaub, wir müssen nämlich vom letzten Mal, wo ihr das Schild noch machen. Ja, ja. Ja, das können wir ja machen, ne. Das machen wir. Ich bin mal gespannt, dass... Oh ja. Dann nimm meinen Rücken mit, kann das gleich mal so vergleichen. Okay. Ihr kennt ihr die Dinger hier noch? Also Kind halt. Kennt ihr die noch? Kathi kennt die, ne. Kathi. Ja. Thorsten auch. Und... Ja. Da ist so Brausepulver drin, ne. Guck mal. Hab ich jetzt mal oben abbenähten. Abbenähten. Mal gucken. Ah. Hat sich zusammengedüllt. Muss mal gucken, ne. Mal gucken, ob die schmecken. Ja. So. Macht Lust. Das könntet ihr gar nicht auch sein. Boah. Nein. Sauer. Ne. Das Problem ist... Da ging jetzt hier irgendwie in die Nase auch rein. Ah. Mir stört das nicht, wenn das so sauer ist. Und ja. Ich denke mal, die sind sehr sauer. Ich hab eher ein Problem, wenn was zu süß ist. Oder? Dann zieht sich ja bei mir alles zusammen. Aber sauer komme ich mit. Klar. Ich esse ja auch Zitronen, ne. Also die Schalen vorher abmachen, ne. Aber doof, ne. Da hätte man auch so ein Becherchen mitgeben können anstatt so einem Schlauch hier. Ja. Entscheiden. Ja. Ja. Da sind alle Schlauch. Apfel. Ja. 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 Da ist immer noch was drin. Was Mama? Mama ist oben, oder woanders. Was, Hunger? Hört ihr das? Komm hier, sing mal. Komm hier, sing mal ein Lied. Komm hier. Komm her. Da. Sing mal. Sag mal, Mama. Mama. Bitte? Kannst du mal gucken. Er spricht sogar mit mir. So, aber jetzt bin ich raus. Schnauze voll, ja. Habt euch ja auch lieb. Aber jetzt ist Schluss. Oh, ich sag mal, bis morgen, ne. Haltet die Ohren steif, den Rest auch, ja. Und toi, 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 toi. Ah, jetzt sagt man ja auf der Bühne, ne. Auf jeden Fall wünsche ich euch was, ne. Kommt gut rein. Und, ja, habt euch wohl. Ja, so müssen wir jetzt demnächst reden, ne. Habt euch wohl, ne. Ja, Mittelalter-Sprache, ne. Aber davon werdet ihr ja sehen. Spätestens, ja, wenn wir Samstag zum Mittelalter-Markt gehen, werdet ihr Sonntag davon den Bericht, äh, brühwarm auf euren Teller bekommen. Ich freu mich schon drauf, ne. Und ich hab schon mannig Späschchen dran, ne. So, also, Glück auf. Und, ja, passt schön auf euch auf. Und habt gesund. Ja, also. Tschüssi. Schlimmö-Kôngau. Ja,��어 tal. Machstيع.